Freunde, willkommen zurück. Es geht wieder in die Warzone rein. Und heute richtig schön mit dem Fußball-Skin und meiner neuen Lieblingsklasse, der Akimbo-Klasse, die ihr am Ende des Videos seht. Noch mal kurz nachlegen. Moin. Da wird Schilzi. So ein Schwein. So wichtig. Das gibt Kraft. Schreibt mir mal rein, für wen ihr bei der EM 2024 seid. Ich will auf jeden Fall für Deutschland. Seht ihr auch am Skin. Und vielleicht knacken wir die 700 Likes wieder. Haut gerne mal ein Like raus. Ich freue mich extrem jetzt auf. Das Video ist eine richtig schöne Runde auf Rebirth Island geworden. Und natürlich auch mit ein paar geilen Clips. Sniper ist dabei. Und natürlich hier die BSP-Stinger. Ist das geil? Ich sage euch, das Ding knallt gerade alle FJX Horus und Superi46 Spieler. Wenn ihr da schön rushed in Nahkampf, move wird es geil. Let's go, Leute. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Schaut gerne auch mal in den Streams vorbei. Ich bin ja jetzt wieder täglich live. Jetzt vom Urlaub wieder zurück. War wirklich sehr, sehr geil. Und heute einfach ein schönes, knackiges Rebirth-Gameplay zum wieder reinkommen. Ich freue mich wieder auf aktive Videos und Streams. Und jetzt kann es viel Spaß mit dem Video. Hallo. Den Bug kriegen sie leider auch nicht gefixt. So, hier macht keiner mehr was. Oh, eine Fahrt. Let's go. Die BSP-Stinger nochmal schwingen. Weil, komplett OP. Oder wird sein... Da muss Wunder erleben. Nope. Nope. No. No. Stop. Nix, one shot. Muss mich nur dran gewöhnen, dass ich jetzt mein Mausrad nicht mehr benutzen kann. Oh, wer huscht denn da? Hä? Er hat schon wieder gewechselt. Der hat einfach so gewechselt. Das habe ich ihm aber nicht gesagt. Dass er das darf. Wo ist der denn? Hä? Wo ist der hier? Da ist er ja. Ganz liebe Grüße. Bin jetzt noch hier drüben. Ah. Ich muss in die Nahkämpfe. Gern auch mal eine Drohne. Hat er Bock? Mein Lieben. Oh, der ärgert sich so. Ach, du Scheiße. Time to kill des Jahres. Ich bin noch da. Ich bin noch da, Freunde. Du machst hier gar nichts. So, nicht. Ich muss aufhören mit dem Mausrad. Das ist schwierig rauszukriegen. Nein. Nee. Stopp. Bei mich. Ich lege. Komm, ihn nicht hinlegen, leider. Ah, der ist eklig, Mann. Nein. 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 Ich hab... Mitgenommen. Und mitgenommen. Ich fass es nicht. Genau das. Äh, die Klasse ist schon sehr nice. So, wollen wir noch wen? Hä? Nein, nur Quacked. Aus, aus, ausmachen. Heilige. Oh, ich wollte dahin. Das ist meine Runde jetzt. Komm. Ja. Ja. Oh, ja. Der Shadow-Sniper. Raus. Puh, ist das geil. So, wir brauchen mal kurz ne... Entspannungsdrohne. Ja, warten mal kurz auf Sale. Und schnappen wir uns den Kollegen noch. Ja. Ich glaube, ich höre ihn... Unten, oder? Ist er hier? Das ist ja wirklich unfassbar geil. Sogar Waffen wechseln. Hey. Er wechselt einfach die Waffe. Ich kann das doch so nicht, Mann. Erstmal hoch. Lass mal auf Posi spielen. Bitte. Ist das Termit? Scheiße. Er ist hier. Doch nix. Wo ist er hin? Ja. Dick. Ach, komm. Gönn mir die 20er. Komm. Wo ist er? Hä? Er muss los. Ja, ist das geil. Ist das nice, Mann. Okay. Dann schnell ne Drohne weg. Wäre sehr cool. Auf dem Leggy-Server hier das noch irgendwie machen. Komm. Das wäre ein Geschenk. Ich tue's dir mal noch nicht. Einer auf meiner Ebene. Und einer oben. Ah, ich geh mal auch lieber los. Ja. Er wechsel die Waffe nicht. Ist das wieder... ... eine Kacke hier? Ja, hab dich gehört. Das ist so PM-Nahkampf-Wahnsinn. Ja, er ist schon da. Rieck dich hin. Rieck dich hin. Rieck dich hin. Nein. War das wichtig? Wo bist du hergekommen? Freil mich. Nein, nein, nein. Das ist aus. Aus! Das war der letzte. GG's. Das ist der Win. Ich dachte, es ist vorbei, weil er zuerst geschossen hat. Ich hab ihn nicht gesehen. Es war wirklich nur eine Umrandung vom Skin bei mir. Danke für diesen Win, Mann. Danke. Danke, Merkel. Nein, danke, lieber Wassergott, für dieses schöne Video, Mann. Diese schöne Runde. Ich darf nicht genau sehen, wie viele Kills ich hatte, aber ist auch nicht so schlimm. Einfach Liebe. Wir werden Weltmeister! So, ich zeige noch ganz schnell, wie ich es gespielt habe. Ich komme hier aus dem Grinsen nicht mehr raus, was ich hier teilweise für geiles Gunfight Zapp überlebe. Ja, Breacher Muzzle ist Short Barrel, weil es einfach nochmal mehr Reichweite gibt. Viele spielen es auch einfach ohne Barrel und mit dem Factory Stock für Rückstoßkontrolle. Ich finde es so geiler. X10 Side-Up für Hipfire, 32er Mac und Akemo. Macht euch gerne einen Screenshot und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Schaut dir gerne das letzte Video und schaut mir in der Beschreibung vorbei. In den Streams natürlich auch gerne. Und bis dahin macht es gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal.